Es ist für Frauen erlaubt, einen Zahnstein als Schmuck auf den Zähnen zu tragen und ist damit auch die Gebietswaschung gültig. Barakallahu feekum, ist dieser Schmuck, es gibt Schmuck einer Frau, was ursprünglich ist, und es gibt Schmuck, was zusätzlich ist. Dies nennt man Sina im Arabischen. Sina, auf deutsches Schmuck. Es gibt Sina von einer Frau, die ursprünglich ist. Ihr Gesicht, ihre Hände, das ist ursprünglich. Aber es gibt zusätzlich Schmuck, wenn die Frau zum Beispiel Gold trägt, wenn sie Make-up macht und will solche Sachen zeigen. Was im Koran ist, was der Schmuck, der bedeckt sein sollte, ist, ist nicht ursprünglich, sondern zusätzlich. Und jetzt hast du die Antwort. Ist ein Stein ursprünglich oder zusätzlich? Ist es Schmuck oder nicht? Wenn du sagst, nein, das ist kein Schmuck, Allah Alam. Wenn du sagst, das ist Schmuck und das ist zusätzlich, dann hat Allah befohlen, das zu bedecken. Inschallah hast du die Antwort. Gut.